Mit Thomas Hahn und der 1482 Quincy, das ist ein 5-jähriger im Bahn gezogener Sohn des Quintender aus seiner Mutter von Gera. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So ein Hinweis, ein Auto sollte zur Seite gefahren werden. Es ist ein weißer Audi mit Ingolstädter Kennzeichen TH411. Ein weißer Audi Ingolstädter Kennzeichen TH411 bitte umparken. Und die Wertnote für Quincy und Thomas Hahn, hier gibt es eine 8,0.